Willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr den 13. Fortbyte finden könnt. Die Quest dazu lautet, an einem Ort zu finden, der irgendwo auf dem Ladebildschirm 2 verraten wird. Und ja, ihr wisst es sicherlich schon, wir sind auch nicht in Woche 2, wir sind erst in Woche 1. Wovon ich irgendwie null Quests hab. Lost! Und ja, wir wissen aber trotzdem schon, wie der Ladebildschirm aussieht und wir können es trotzdem schon einsammeln. Ich blende hier mal den Ladebildschirm ein. Ich hab jetzt nicht einen Hinweis oder so gefunden, aber ich weiß, was es ist und ich zeig's euch jetzt. Viel Spaß! Zwar bin ich gerade im Sturm, aber ihr seht's hier auf der Map unter Paradise Palms, genau hier auf dem Punkt bei diesem kleineren Berg. Auch hier sind die Dinos, also einfach hinter den Dinos hier bei diesem Haus ist dann hier diese Toilette. Und ihr seht schon hier den Frost, den Fortbyte, sorry, ich verspreche mich ja immer. Einfach die Toilette abbauen, ihr könnt es auch durch die Toilette machen, aber so sieht's besser aus. Einfach dann hier auf einsammeln drücken und ihr habt den. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Wenn's euch geholfen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Und wenn ihr keine weiteren Fortbyte-Videos oder zu den Weekly-Challenges und so weiter nicht verpassen wollt, dann lasst gerne mal ein Abo da. Und bevor ich mich noch mehr verspreche, würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.